vor més 1 gegen 1 dBA nearby uppe thema Also alle hier hoch jetzt, ne, zu Epsilon und kein Feueröffnung. Boah, Junge, dem Janna, dem würde ich so gern jetzt hier einen Alpha in den Rücken drücken, das glaubst du gar nicht. Der würde einfach wegblieben von der Map. Chris, pass mal auf, du drehst dich so rum und ich drehe mich so rum. Boah, die Jura gegeneinander, ey. Hä, was passiert jetzt? Keine Ahnung. Ich hab meinen Partner, den Janna. Okay, dann... Hey, was machen die denn da? Lass auf. Hau ihn. 20! A-Ult hat sich für nur zwei RPCs. Das meine, das wäre besser. Naja, die zwei AK5 können schon ziemlich werden. Nja... Die Fräsen. Ey, aber erst mal wieder... Komm, gib ihm! Gib ihm! Los! Hau ihn, Junge! Nein, du willst! Nein! Nein, jetzt, nein! Wir haben beide hochgefahren. Sauber! Go, 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 go! Ja, ich dachte, man würde gegeneinander stehen und vielleicht könnte ich dann bald schon auf den Kopf ziehen, sodass ich beim Start dann... Ja, ja. Haben wir noch einen Anpass? Ne, ich mach gleich gegen den Anpass. Habt ihr euch mal Fahrrad drin? Ja. Nein! 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 Ah, sauber, war mal ein kurzer. Boah, schießt den Torso weg, Junge. Da ist er schon, Mann. Da fehlt der ganze Arm, Mann. Ja, jetzt! Ja, jetzt! Ja, da ist er! Der, 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 der hier! In his damage! Der Ringel hüpft hier in die Zuschauerränge rum. Ja, ja. Das darfst du extra hier, oder? Das nennt man aktives Spiel. He, 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 he. Dr. Engel, jetzt hast du ihn gleich. Jetzt kommen Gipsi! Ja, Engel brauchen wir auch nicht mehr so viel. Warvolt, da gehst du schon mal rein? Ah! Ja, war klar. Nein! Nein! Der haut dich gleich in den Rücken rein, dreh dich sofort um. Ja. Hochfahren, 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 hochfahren! Go, go, go! Boah! So! Zierst du! Haben wir den nächsten Gegner? Das ist nämlich mega! Ja, los! Geh mal bitte einer auf G6! Einer auf G6 und leichter von uns! Wir haben keine Leichten! Wir haben D-Sack! D-Sack auf G6! Ja! Der geht wieder wirklich los! Hehehehehe! Fällt jetzt hier! Jetzt mach ich hier gegen Jena! Spass, oder was? Das war... Junge! Nicht so klasse, Leute! Schön! Tod, oder? Hat er geübt, letztens! Jungs, power down! Ja! Sauber! Echt? Ja! Sauber! Solltest du eigentlich wegkriegen? Na? Was geht? Wir machen gerade so ein 1 gegen 1 gegen so ein Random Drop! Wird hast du Raketen dabei? Ja! Ja! Fest Vollplatz! Warst du gerade ohne mich, Jens? Mhm! Jungs! Ich hab dich gerade eingeladen, uns auf den Server zu kommen, dass das Reiser aufzuschicken kann! Jo! Hallo! Ja, bitte! Wir sind jetzt gerade aus dem Spiel raus! Jens! Floor! Kommt mal her! Lass uns mal hier den Jenner einklemmen! Ja, du hast dann gegen Ratschen schon mal! Echt? Achso, okay, jetzt check ich, was ihr euch so freut! Warte, warte! Und jetzt geht's nicht mehr! Komm, eins schrück geht noch! Eins schrück geht noch! Hahahaha! Hahaha! Haha! Ja.